Ey, es wird morgen richtig unangenehm, Simon. Morgen musst du vorbeigucken, wenn Romatra heiratet und Trimax gar keinen Bock darauf hat. Das wird der richtig hassen, das wird der richtig hassen, Alter. Das wird der richtig hassen. Kernkraftwerk läuft jetzt, sagst du, Romatra. Ey, wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, ob es läuft. Das müsste... Oh, Sch***! Zeigen wir mal. Energy Buffer. Ne, es funktioniert nicht. Warum? Ich kann es dir nicht nennen, Romatra. Wir haben schon wieder keinen Platz in unserem Dingens, deswegen... M-E-System. Ja, korrekt, Alter. Kann doch nicht sein, oder? Korrekt, korrekt, korrekt. Gut, Leute. Atomkraftwerk steht also. Das Funktionsläuft, ja. Frau, wir haben nur echt ein Speicherproblem. Aber wir haben eigentlich auch kein Speicherproblem, weil wir endlos viele 64K Storage Disks haben. Ja, meine ich doch, oder? Das Problem ist, ich weiß nicht... Ja? Was hältst du davon, wenn wir ne riesige Trimax-Statue in der heutigen Folge bauen? Lass mal machen, oder? Die Sau, Sch***, ey. Die Sau, Sch***. Wieso hat Energy Buffer den Start-Tool verdient? Weil er nie da ist, das ist so lustig. In den Drives oben liegen Items. Ah, Lull. Ja, deshalb. Deshalb, Romatra. Weil die Disks-Drives oben mit ner 24K-Disk gelockt gewesen sind. Wie, 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 das verstehe ich nicht. Ja, geh erst nochmal. Pass auf, da ist dann ein Filter quasi drauf. Verstehst du? Nein? Nee, nee, es geht nicht in meinen Kopf. Ich bin lost. Richtig. Nicht so richtig, Romatra. Die Hauptsache ist, es funktioniert wieder. Ich hab's gerettet. Was machen wir? Ich brauch ne Baba S-Folge. Gibt's hier ein Girlfriend-Mod? Wir könnten uns beide ne Minecraft-Girlfriend holen. Das wär auch ne Aufgabe, bei der ich ihn sehen würde. Kann man sich hier ein Girlfriend holen, Leute? Geht das? Im Sky Factory geht das? Nee, ne? Das wär so geil, wenn wir ein Girlfriend haben könnten. Ja? Wie geht das? Ich will ein Girlfriend haben. Nein, das geht nicht. Das sollte die Folge sein. Minecraft-Girlfriend ranzüchten. Heirate einfach einen Huhn. Man kann ein Hühnchen heiraten. What the f***? Geht doch nicht. Nenn mir einen Planeten, wo das legal ist. Aber wir können so weit wie ich einen Mob holen, dem einen Namen geben und dann kannst du den heiraten. Echt? Würdest du mir das gönnen? Ich würd's dir gönnen. Möchtest du einen Girlfriend haben? Ich hätte voll Bock auf einen Girlfriend, ja. Okay, wir müssen gucken, dass hier irgendwo ein weiblicher Mob spawnt. Warte. Ja. Können wir vielleicht irgendwo ne fette Base... ne fette Plattform bauen? Ich isoliere ganz kurz auf meiner Insel alles. Komm mal herz... Ne, warte, lass mal ne Plattform bauen, ist einfacher. Okay, Leute, wir spawnen jetzt Girlfriends für Romatra. Und beim nächsten Mal machen wir das richtig hier mit Trimace wieder. Gottverdammt, nervig, dass der nicht mehr dabei ist, Alter. Ich hab auch schon ne Idee, wie wir's machen. Dann machen wir oben Hochzeit. Wir können doch ne Achterbahn fürs Girlfriend eigentlich bauen mit Minecarts. Höstlich, Digga. Und da trappen wir sie drin. Alter, wir bauen ne kleine Achterbahn fürs Girlfriend, okay? Komm, auf die Insel hier, die ich hier grad baue, kommt ne Achterbahn drauf fürs Girlfriend, okay? Möchtest du einen Sohn haben? Das Kind, das können wir erstmal leben lassen, oder? Das müssen wir nicht unterstützen. Warum denn? Wäre doch Zeit, dass du so ne Happy Family machst, Alter. Komm, wir bauen den Minecraft Girlfriend jetzt ne Achterbahn. Romatra, kannst du mir ein bisschen helfen? Ja, was brauchst du? Also auf hier oben, guck mal, auf die Ebene jetzt, die jetzt hier ist, kannst du schon mal Erde drauf packen. Dann machen wir Trimax, holen wir auch noch nen Girlfriend, okay? Wir machen so ne Achterbahn mit verschiedensten Girlfriends drin und Trimax darf sich auch eine suchen. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, ob Trimax nen Girlfriend verdient hatte. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Klar, Alter. Trimax ist immer so ein Lonely und Lost, der braucht irgendwen. Jeder hat nen Girlfriend verdient. Genau. Meinst du, der wird seinen Girlfriend töten? Nee, oder? Nein, oder? Dann haben wir jetzt wieder was Geiles mit Trimax, obwohl Trimax nicht dabei ist. Steht zwar im Titel, ne? Aber ist nicht dabei. Und das ist stark. Das ist richtig so. Das hat er auch so verdient. Ich fang schon mal an, die Achterbahn zu bauen, ja? Wird nur ne kleine Achterbahn erstmal, okay? Aber ich glaub, die muss sogar überdacht sein, sonst verbrennen die. Ich finde nicht, dass mein Minecraft Girlfriend verbrennt. Also ja gut, das wäre natürlich schon geil, wenn die länger als einen Tag überleben würde, ne? Sonst wäre das so wie an meiner anderen Beziehungen. Huch! Verbrennen die auch immer relativ schnell. Die verbrennen richtig schnell. So, Leute, wir bauen eine richtig geile Girlfriend-Achterbahn hier, Alter. Danke für die Prime-Sets an der Stelle. Schau mal kurz, wie viel unser Kraftwerk produziert inzwischen. Oh, das tut mir natürlich leid für Max. Max ja an der Stelle. So, jetzt geht die Achterbahn hier weiter. So spastig, was wir gerade machen, Alter. Wir sind so lost, Alter, weil Max weg ist. Ja, dann machen wir uns halt eine Achterbahn, wo wir eine Freundin draufsetzen. Oh mein Gott, ich hab fünf Chance Cubes, ne? Fünf? Ja. So viel hab ich nicht. Okay, lass mal checken. Lass die alle nebeneinander platzieren. Oh mein Gott, Digga, das ist high risk. Das ist high risk, ne? Das ist high risk, ja. Aber wir sind ja, wir sind hier im Netter. Lol, hä, wieso sehen deine jetzt so krass aus? Okay, setz. Hä, meiner sieht so aus. Ich hab ihn aufgemacht. Nein, wieso? Ah, das weiß ich nicht schlau, gell. Ah, naja, du musst ihn auch auf. Okay, wir haben Glen. Was hat meine jetzt gemacht? Hä? Mata, vorsichtig! Die explodieren auch irgendwie nicht. Oh, doch. Hä? Das war ja low. So. Martin, der Freundin der Drache ist gestorben. Wie? What the f***? Die Missgeburt hat einfach runtergefallen. Oh Mann, Alter. Der ist runtergesprungen, oder was? Der behinderte, der hat sich einfach umgebracht. Hey, suizidaler Pisdrache, Alter. Oh Mann, ich hab's nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Er ist einfach weg. Martin ist gone, Leute. Oh Mann, Leute. Der Drache ist tot, Alter. Was für ein Botdrache. Mann, wie kann man denn so holen? Der hat sich einfach... Er ist einfach runtergefallen, ne? Oh Mann, ich hätte das so gern gesehen. Was ist denn dämlicher Otto, Alter? Wenn sogar, wenn wir einfach eine Achterbahn bauen würden, wo Trimace mit Pferden, da stirbt der am Ende dabei. Das ist eine richtige... Dann kriegen wir das hin. Ja, können wir schon machen. Ganze Achterbahn mit goldenen Schienen, Leute. Wir haben es doch. Wer will es uns verbieten? Gibt es nicht auch so ultra... Es muss doch hier so ultimativ krasse Rails geben, die wir benutzen können, oder? Hier, guck mal, was ist denn das für eine kranke Scheiße? Was ist denn ein Blaze-Rail so krass, Leute? Gibt doch Wooden-Rail. Wooden-Rail with a trapdoor, Lull. Es kann nicht sein, dass wir nie Sticks haben, Alter. Vorgecrafted im RAE-System. Das nervt mich so. Sticks ist so ein Basic-S***, den man unbedingt braucht. Das ist so retarded, was wir hier machen, Alter. Einmal ist Max nicht da, wir drehen komplett am Rad. Hier oben haben wir immer noch keinen Mein... Wir haben keinen Girlfriend. Und dann, der Kind ist gerade gestorben. Nee, es läuft da unten rum. Oh, geil. Auf Test sein Vater. Hammer, Digga, Hammer. Die ist aber auch schnell unterwegs. Oh, das ist jetzt... Oh, lol. Ach, es ist geclamed, ja. Ich komme da gar nicht hinterher. Das ist eine Ehrenbahn, Alter. Guck mal. Mega geil. Und da sind wir wieder. Geil. Das ist eine geile Bahn, kann ich anders sagen. Machen wir ein paar Bäume noch auf die Insel drauf. Oh, die ist geil, die Bahn. Die ist richtig lässig. So, Leute. Jetzt haben wir eine schöne Insel mit einer Achterbahn drauf. Da hat euch das Girlfriend dazu. Dein Kind hat mich gerade angegriffen, Romatra. Ich habe noch ein bisschen Kontrolle über den Jungen. Ja, Digga, du kannst halt so ein Kind nicht umgehen, Junge. Muss man irgendwen haben, wo es halt heißt, nee, Digga, jetzt so nicht. Geht halt nicht, Alter. Dein Drach hat sich einfach umgebracht. Der Arme. Kein Bock mehr gehabt zu leben. Ich bin so aggressiv auf dieses Kind. Also so. Mein Gott, wenn dieses Kind nur einmal schlägt, Romatra, ich fetz ihm das Gesicht weg. Das hat sich schon wieder geboxt. Top 10 Twitch-Kommentare, die man aus dem Kontext greifen kann. Mann, ich habe so Bock, dieses Kind umzubringen. Stell dir mal vor, da schneidet jetzt irgendeiner raus, Romatra, und morgen ist im Sternsonderzikel. Romatra, der Kindermörder. Vorbei. Rechtsklick. Mann, hör auf, mich zu schlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das macht mich aggressiver als die Maps in Call of Duty. Okay, und damit kann ich jetzt Sachen einfangen? Zombie ist ein Hostile-Mob. Ja, das sind halt Hostile-Mobs, ich kann damit nur gute Mobs einfangen. Was machen wir jetzt? Ah, mit Cursed, mit dem Cursed geht das doch vielleicht, oder? Ah, okay, man muss es dann schlagen. Okay, I know. Du musst zwei Herzen haben. Eins. Jetzt hat es noch zwei. Ne, warte, einmal nutzt es noch. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es im Lasso drinnen. Also es würde funktionieren, so. Warte, ich nehme jetzt das Kind hier mit. Ich muss das Kind jetzt schlagen, damit es lebt. Hä? Okay, ich habe es. Kind hat ein halbes Herz. Wir haben ein Kind. Okay, das Kind darf schon mal mit der Achterbahn fahren, oder? Wie kriegen wir das überhaupt rein? Komm rein jetzt. Komm doch, du Assi, Alter. Wieso gehen darfst du dich nochmal? Jetzt schau dich einfach nur an. Komm. Setz dich aufs da rein, du Sch***kind. Ey, du Bastard. Hey! Warum geht er nicht da rein? Wie kriegst du das Kind da rein, Leute? Ich will, dass das Kind in der Achterbahn setzt. Warum läufst du immer da lang? Warum rennst du immer da lang? Du chillst jetzt mal. So, du Sch***penner. Wie kriegst du das jetzt da rein? Ein Boot und dann ins Minecart. Wie kriegst du das jetzt da rein? Muss ja möglich sein, oder? Geh in das Sch***, Minecraft, du dumm erzogenes Kind. Das Minecraft von der Schiene runter, dann soll es gehen. Ah, okay, stimmt. Ja, richtig. Ihr sagt's, ihr sagt's, ihr nennt es. Warte, dein Sohn ist so sch***gezogen, Alter. Ich hab eine. Da ist sie. Ja. Nein, sie darf nicht sterben. Oh Gott, wie schaff ich, dass sie nicht stirbt zwischen all den Mobs, die hier sind? Wie schaff ich, dass sie nicht stirbt? Wieso gehst du denn ins Minecraft rein? Nee, sie ist tot. Was? Sie hat sich gerade mit dem Skelett angelegt. Es ist unmöglich, sie da raus zu fischen. Wie tief muss ich sie runterschlagen? Auf zweieinhalb Herzen. Ich hab deinen Sohn umgebracht, mir reicht's. Ich hab deinen Sohn gerade getötet, warum er hat auf der Insel. Der kleine Bastard, Alter. Er ist auch einfach in meine Faust. Er ist in meine Faust reingelaufen, Alter. Oh nein. Oh, was, 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 was ein Lack, Alter. Junge, nein. Wo ist sie? Wie viel Leben hat sie noch? Was steht da? Genau zwei, siehst du sie? Sie hat rote Haare und grüne Augen. Wo ist sie? Sie ist, sie ist gefangen im, im Compressed, im Compressed. Warte, ich klinge hier mal alles, außer sie. Hier ist noch eine. Oh nein, sie hat runter. Oh, sie hat, ah. Ich f***, ich catch sie, ich catch sie dir. Hab sie. Echt jetzt? Komm her. Hab hier vorne eine, Romatra. Ist nicht die schönste, ist aber eine. Ist die Akro, die Dame. Die hat ein Leben. Komm her, ich hab noch eine hier. Nein, aber ich will, ich will sie, bitte. Mann, jetzt hör mal auf, hier so wald, Digga. Komm her, Rewi, fang die. Komm, setz sie hier oben hin und hol die andere noch. Mann, die Sch***. Aber wohl, das ist auch nicht cute, aber bitte hol die andere ran. Guck mal, die chillt da unten, die wartet auf mich. Sie war da unten, im Wither-Käfig. Hol sie bitte. Siehst du, sie ist auch schon ein Leben. Siehst du, sie ist auch schon ein Leben, du musst sie nur einfangen. Ja, du bist ein Gott, Alter, du bist ein Gott. Was für eine dumme Alte, wirklich, Alter. Romatra, mit der Achterbahn, das funktioniert nicht. Die könne ich ins Minecraft. Oh, Mann. Ich muss jetzt auch los. Wir haben es jetzt geschafft. Ich muss sie nur davor schützen, dass sie verbrennt, Romatra. Wir machen die erstmal hier vorne rein, okay? Und dann machen wir jetzt demnächst richtig unangenehm. Wenn Max reinkommt, dann machen wir so richtigen Trouble und sagen so, ja, wir müssen jetzt alles vorbereiten. Max, hey Jungs, was geht denn ab? Weißt du, wenn er morgen da ist? Weißt du? Ja, ja. Dann erzählen wir halt Max, dass du doch jetzt heiratest und dann machen wir so eine Zeremonie und Max wird richtig outcringen, okay? Da hat der gar keinen Bock drauf. Da hat der gar keinen Bock drauf. Das wird der richtig hassen, das wird der richtig hassen, Alter. Das wird der richtig hassen. Oh, Mann. Aber erfolgreich, also Mission erfolgreich. Ja, wir haben ein Girlfriend und eine Achterbahn gebaut, Digga. Ehre, Ehre. Moment mal. Was? Was? Wer ist das? Das ist Notch-Himself, Alter. Digga, der Erfinder von Minecraft hat sich deine Freundin geklärt. Auf Wiedersehen, Romatra. Oh, mein Gott. Nicht schlagen, ihr zwei. Nein! Du bist so ein Bot. Beide sind gestorben. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich habe doch gesehen, wie du gesagt hast, nicht schlagen und im Moment hast du geschlagen. Wen willst du hier verarschen? Nein, ich war es nicht. Ich habe zwei deiner Frauen getötet, Romatra. Bist du sauer oder enttäuscht? Ja, ich habe ja noch eine. Das ist in Ordnung. Fünf... Oh! Was? Digga, mir hat gerade jemand 500 Euro donated. Ich bin raus. Janik. Janik Wilkesmann. Janik, du bist krank. Unge, Alter. Ich küsse dich. Das ist natürlich auch mal geil. Ein Raid von YouTube auf Twitch, Alter, gab es in der Historie auch noch nicht, Leute. Krankes Dankeschön an dich, Alter. Ehre. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Kuss. Ich habe ein bisschen was geleakt. True, true, true. Ich habe schon geleakt, Alter. Du schaltest aber auch direkt zur richtigen Zeit an, Alter, wo wir gerade dabei sind, Frauen und Kinder in Minecraft auf eine Achterbahn zu zwingen. Weißt du? Digga. Was anderes erwarte ich gar nicht von euch. Das ist anders krank, was wir hier machen. Wirklich, Alter. Das ist insane. Ja, Simon. Wird nochmal Zeit, also Digga, true. Was soll ich das zu sagen, ne? Das wird nochmal insane. Das wird dieses andere heftig. Das wird dieses andere heftig. Junge, das ist krank. Das ist krank. Hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, Digga. Irgendwas ist explodiert. Ja, mein Baum hier, Alter, Bruder. Guck mal, wenn ich den Baum hier abbaue, Romatra. Ja. Warte. Hä? Alles weird, Alter. Alles weird heute. Wie viele Leute seid ihr auf diesem Server? Zu dritt. Mit Trimax. Aber Trimax ist momentan sehr, sehr inaktiv. Aber das wird sich jetzt ändern, weil wir wollen jetzt, morgen ist heiratet Romatra in Minecraft hier. Dein Girlfriend. Warum lachst du? Warum lachst du? Warum lachst du denn? Okay, ja. Es wird morgen richtig unangenehm, Simon. Morgen musst du vorbeigucken. Wenn Romatra heiratet und Trimax gar keinen Bock darauf hat. Weil wir zwingen Trimax, der Pfarrer zu sein. Genau, der muss mitmachen. Der will überhaupt gar nicht, weil der findet so Roleplay scheiße, wenn du dir einen Namen gibst und so, findet er richtig scheiße. Findet er richtig scheiße. Kannst du dir Max dabei vorstellen? Max ist ja auch so richtig unkreativ. Oh nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. So versteift kann ich mir das vorstellen. So richtig versteift. Romatra, neues Girlfriend. Wo? Mit keiner. Nein, ich hab sie umgebracht. Du bist so ein scheißgeister. Die hatten Katzen oben, die war richtig süß. Du schuldest mir zwei Freundinnen, Rewi. Ich hab dir einfach die Axt in den Kopf gehauen. Scheiße, Alter. Simon, warst du letztes Mal eine Frau getötet? Ist es auch Madeira erlaubt, Frauen zu töten? Auch Madeira ist erlaubt. Ja, hab ich, ähm. Mach mal hier, mach mal hier. Digga, Glas in die Fenster rein, Romatra. Gut, Romatra, deine Kapelle steht. Morgen ist Hochzeit mit Trimax, Leute. Ich bin hier raus. Sehr gut. Simon, riesiges Dankeschön an dich. Und ich k什麼. In Alicia. Ich bin hier raus.